Das wäre ein guter Plan gewesen. So, na dann. Da der Brücke ein Ochsenfond. Ist das weit? Oha. Das ist ein kleines Stückchen. Sollten wir vielleicht mal... ...eine Schnellreise machen. Was machen wir das jetzt gerade? Bilderkameraschwenk. Wenn wir hier irgendwo... Ja, hier dorthin an. Schnellreise. Nur wie gerade tot. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Das glaube ich nicht. Und da bin ich. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Ist zu, es könnte den Zweck mitzunehmen. Sicher, dass die Waffen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Waffen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Waren aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Hemmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Sehr schön. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaten kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Ah ja, die feine Dame. Masse Kleider. Welch eine Freude. Kunde die Ruinen. Na da. Wollen wir mal. Ich hoffe, hier gibt es keine größeren Bosskämpfe. Nur ein Luftweib. Nur ein Luftweib sagte er. Und starb beinahe. Oh, toll. Jetzt wieder gesoffen. Und wo? Geht lang. Die zwölf Tauchstation. In der Kloanke tauchen, wie schön. Du wirst du mal tauchen? Wo? Gerade nicht. Der Kunde zu ruigen. Rechen wir es hier wohl nochmal lang. Oh. 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 Ich erkunde schon. Ah. Hier gibt es was. Fest verschlossen. Rühlt sich nicht. Hier muss irgendwo ein Hebel sein. Und wer ist mit dem hier? Okay, ein Hebel. Wer hier mochte, wohl Elfenkram. Oh na ja. Er hat sogar Toten da. So groß ein Hebel. Ein Hebel. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Jo, so sieht's aus. So ein Hebel. Ach ja. Das könnte noch nützlich sein. Ein Hebel. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Ein Schwerz. Hier war doch irgendwo der ... Fantastisch! Die Wand sieht brüchig aus. Daher müssten wir vielleicht mal ... ... alles zeichnen. Hier steht's. Oh! Grünes Scherz. Aber wir brauchen das Video der Zeug. Oh Scheiße! Als ob wir hier gestorben sind bei den Ertrunkenen. Ich hoffe es gab einen Checkpoint. Und ... 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